Hi und herzlich willkommen wieder zu Furious Let's Play Limbo. Ja, kein großes Gespafel, wenn ihr wissen wollt, was vorher passiert ist, dann schaut euch die Folgen vorher an. In der Infobox oben bekommt ihr auch noch mal die Playlist. Alles klar, dann starten wir los mit dem wohl angekündigten Kistenschubsen. Schauen wir mal. So, der Schalter, der mir wahrscheinlich die Kiste hochschiebt. Okay, das macht Sinn. Dann schieben wir erstmal die Kiste hoch. Wir müssen heute dann wahrscheinlich schnell sein, wenn wir den Schalter betätigen. So, das heißt, ich komme am besten von der anderen Seite. Und los, los, los. Aha. Aha. Ja, cool. Ja, nochmal. Das will noch nicht, wie ich will. Alles klar. Lass mal ganz hochfahren. Vielleicht geht er da durch was. Jetzt schauen wir mal. Ne, das geht nicht. Dann ist er anders auch ziemlich durch. Ja, er schafft's. Da haben wir da noch eine Kiste. Da war doch vorher noch eine, oder? Da muss ich doch mehr Kisten hochschießen. Mal gucken. Dann kommen wir mal zurück. Lalalala. Ja, ja, ist gut. So, da ist nämlich noch eine Kiste. Und schauen wir mal, ob wir die da rüberbringen. So. Schön mitfahren. Schön mitfahren. Grave Kiste. Und ich? Kommt auch noch mit? Ja. Läuft. Sehr gut. So. Nehmen wir die halt auch noch mit. Bis wohin ungefähr muss die. Bis... da. So. Heißt auch noch nicht. Das ist ja doof. Und jetzt? Muss man jetzt? Okay, ihr wusstet das natürlich vor mir, aber... Na gut. Äh... Muss auch so gehen. Hier kommt ein Schalter. Drück da aber mal einen Schalter an. Ja, ist ja recht. Ist ja... Dem Geräusch nachzuurteilen würde ich behaupten, dass das nicht besonders gesund ist, jetzt da drauf zu fallen. Aber okay. Ähm... Wollen wir uns mal zurück. Wenn ich den jetzt auslösen würde das nicht funktionieren, weil er wegläuft. Ah. Warte mal. Seile und Schwingmeister, was? So. So. Das wird aber nicht reichen. Aber ich bekomme die Kette zumindest so mit in Schwung. Und los. Und los. Rüber mit dir. Der Schwung ist wertvoll. Schaut ihr? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Jetzt... Ja. 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 Los. Und wirben. Ha. Noch mal mutig. So. Da kann ich immer noch nichts machen. Ich werde da durchmüssen wahrscheinlich. Aber... Hallo? Hallo? Äh... Hallo? Ha. Das kann man schieben. Ah. Cool. Okay. Hui. Jetzt? Äh. 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 Also... Wtf? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Äh. Äh. Stopp. 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 Wtf? Wtf? Hä? Also, zum einen bringe ich die komplette Welt jetzt erstmal, dass sie sich einmal rumdreht. Oder wie? So. Und am Ende klappt dann diese dumme Tür, oder was auch immer das sein soll, man sieht das auch nicht richtig, so um, dass sie mich zermatscht. Super. Super. So, komm jetzt. Jetzt will ich wahrscheinlich wieder schnell sein, dass mich sonst da runterhaut. So, mitfahren. Mitfahren, ich will mitfahren. Äh, da rüber hinz, oder was? Äh, ich mach mal. Das ist wahrscheinlich komplett falsch, aber, ah ne. Fertig. Stopp. Äh, sehr gut. So. Scheiße, was passiert? Was passiert? Was? Äh. Ähm... Ha! Sorry, aber... Manchmal muss auch ich mal nachdenken. So, jetzt komm ich hier zu hoch. Aber... Na? Scheiß da! So! Nein, nix diese! Hm... Ich muss ihn vielleicht so in die Mitte irgendwo zwischen den beiden bringen, oder? Das kann helfen. Dass ich auf den einen wieder rauf kann. Äh, dann nochmal schnell! So, inzwischen reicht mir nicht da hin. So... Jetzt gucken wir erstmal, ob es... ...die eine Richtung reicht. So... Komm, Crafter! Tja... Wir haben uns auch ein sehr cooler Kanal. Ich mag den Jungen. Ähm... Könnt ihr auch mal vorbeikommen. So... Hör auf! Männchen runter! Nein! Armin zuckt nun zum springen! So! Wir machen das noch einmal. Heute müsste er ein bisschen Geduld mit mir haben, glaube ich. Okay, nochmal. Nur rüberlaufen. So. Rüberlaufen. Springen! Klettern! Kraxeln! Durch! Ja! Ja! So wünsch ich mir das. Bäh! Äh... Okay, also noch ist es richtig Noch, noch ist es richtig Jetzt Ach guck mal Elektrisch, alles elektrisch Sehr schön Nein Das funktioniert nicht das haut schon hin alter ok und cool und cool uah wui ja, so läuft das ok, hier ne Kugel schauen wir mal die wird auch gleich mein Untergang ja, gucken wir mal ist ja jetzt alles so hier mit die Welt dreht sich oder irgend so, ne da kommt jetzt auf jeden Fall gleich die Kiste runter die Kugel wird aber auch gleich kommen die braucht aber noch ein bisschen länger die Kiste ist da schneller so ich benutze die Kiste um was zu tun um mich von der Kugel her schlagen zu lassen, oder? ja ok ja ok ich hab die Kugel, äh, die Kiste blockiert dann macht es natürlich Sinn, wenn ich da das nicht so mache wie ich es gerade gemacht habe irgendwie ist der Sound gerade komisch so dann muss man wieder schnell sein wahrscheinlich die Kiste kommt äh, mich nicht kaputt haben so jetzt schieben wir uns die gleich schieben sie ein bisschen gegen den Berg genau so da muss ich schnell sein und schlägt über weil dann geht nämlich der Deckel sonst zu bimm und die Kugel macht mir nix mehr hehehehe sehr schön so, dreht sich nix mehr und jetzt queda da wäudel melb狃 blablada hallo kleine Schmetterling kommt dir eigentlich öfter vor hast du dich das schon mal aufgefallen? wie neulisch hm Interessant. Ähm... Ähm... Ich hasse das. Ich hasse das. Das war doch eigentlich meine Schwester, oder? Äh... Kaputt. Das hatte ich schon, wir wären am Ende, oder so. Kann ja nicht sein. So. Langsam. Langsam, Kollege. Man kann nicht in die andere Richtung, das wisst ihr, ne? Hopp. So. Jetzt muss ich wieder ins Licht. Ah. Helfen wir da die Lampen auf? Ja. Sehr gut. Okay. Okay. Äh... Äh... Okay. Okay, okay, okay. Aber... Hä? Aber wenn jetzt meine Schwester noch da da ist? Äh, und jetzt? Hallo? Okay, das sieht jetzt gerade ein bisschen anders als das gerade eben, oder? Gutsche Schwester. Äh, vielleicht nicht nur mit dem Kopf reinbringen. Aber so, jetzt. Oh, das nächste geht's nicht. Nochmal. Äh, hopp. Lauf, 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 lauf! Alter. Ich müsste eigentlich da hoch. Okay. Klappier's. Erstmal hinhängen. Und die Würmchen sind lieb zu mir. So. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich will mir jetzt hier nichts mehr, oder? Wir sind nur zurück. Nee, oder? Gut. Ah, komm schon. Ah. Das ist ein bisschen lustig. So. Aber da hinten war doch eine Leiter. Da muss ich doch eigentlich hin. Da muss ich doch eigentlich hin. Das rät mir mein Hausverstand. Da ist eine Kugel. Äh, da ist so ein Ei. Komm ich da hin? Wie komm ich da hoch? Eigentlich von der anderen Seite, oder? Da müssen sich die Räder andersrum drehen. Schauen wir mal, ob das hilft. Na, das war noch nichts. Ich probier's mal, dass ich auf die Leiter da oben hab, komm. Okay, das war nichts. Nochmal. Probier'n wir das nochmal. Also auf jeden Fall muss ich das Ding da noch in die Richtung drehen. Das heißt... So. Zu spät. Das war einfach wieder zu spät. Ah, ist das ärgerlich. Ah, nochmal. Wo ging das hin? Ich glaub da fest an mich. So. Ah, das war knapp. Das war knapp, oder? So. Mach ich mir besser. Na, nochmal. Das war schon sehr gut. Das war schon sehr gut. Das war wieder zu knapp. Ja, das ist echt ne Timing-Sache. Also manchmal ist das Spiel... Äh... Sehr timing-lastig. Das merkt man. Also ich bin da auch ziemlich angespannt gerade. Weil mich... Ich behaupte, dass das so funktioniert. Und das... Kann auch nur der einzige Weg sein, jetzt gerade. Ne, das ist zu hoch. Das sehe ich jetzt. Gehen wir mal weiter. Na, das war wieder nix. Äh... Ja, so. Ach, warum drehen die sich so weit? Das kann so gar nicht sein. Das kann so gar nicht sein. Das ist manchmal nicht einfach. Ja! 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 So, gefällt mir das. Genauso muss das. Und jetzt würde ich nur nicht runterfallen. So. Äh. Das ist natürlich nur ein technisches Problem. Komm ich dann da oben irgendwie rein? Mal gucken. Ah! Okay. Sind wir denn hier? Okay, das hat mich jetzt nicht dahin gebracht, wo ich hin wollte. Hm. Egal. Egal. Schade eigentlich. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, ob ich das irgendwie noch hinkriegt. Ja. Okay. Das war's für heute. Das hat nicht geholfen, aber schon ganz gut, glaube ich. Das war schon ganz gut, glaube ich so. So, nochmal. Wapp, 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 wapp. So. Das bringt nichts. Also, wir gehen da rüber, schiep, schiep, schiep. Gehen hier raus. Gehen einmal rüber. Zack. Gucken wir uns den Schalter. Legen wir um. Ich hab' mir zu viel gelegt, da. Wenn das so wieder kommt, dann muss ich ihn rüber. So. Hopp. Und jetzt. Hey. Ja. Das ist ziemlich anstrengend auf Dauer. Aber jetzt. Äh, okay. Ne, also nein. Also nein. Äh, also nein. Und äh, nein. Nein, nein. Das ist falsch. Armin, das ist falsch. Armin, das ist ganz falsch. So. Wir werden das machen mal. Diesmal richtig. So. Ah ja. Ah ja. So ist gut. So, aber das mit der Leiter war wenigstens drauf. Dementsprechend dauert das jetzt auch nicht mehr eine Ewigkeit. So. Na, da geht's hin. Oh nein. Rüber. Und. Hopp. Und warten bis er wieder kommt. Ne, das hab' ich nicht. Nein. Ich hab. Ganz ehrlich. Ich hab' jetzt nichts gedrückt. Außer, dass ich den Schalter einfach nur an. Bild angeguckt hab'. Na komm. Machen wir das noch einmal. Na na na. Und hopp. So. Mach' jetzt nix. Den Schalter am. Ich hab' jetzt den Schalter um. So. Oh. Oh. Oh- Oh- Oh. replacement eng. Das wird eng. Ne, das war nix. acherlastermm. Alles gleich knicken. Geht schneller. Ernst. Deshalb, dann, ja, ich hab' neue capitulívidi- Zurücklaufen, zurücklaufen, schieben, schieben, schieben. So, hopp, 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 rüber, 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 warten, 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 jetzt. Und, hopp, hopp, hopp. Und, heeeeinn, aha, jetzt hamma's. Hopp. Whoops. Okay, okay. Ich muss da drauf stehen, oder, ich falle dann längst nicht, darf jetzt da nicht rein oder so, durken kann ich mich nicht. Ah, Plattformen Ist ja gut, ist ja gut Ah, okay, jetzt geht der Gehwetter Ist ja gut Die Speicherpunkte sind gut gesetzt Die sind so ein bisschen großzügig Okay, das klang nicht gut Also es klingt so generell, klang das nicht gut Äh, das wird immer älter Nein, 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 zurück, zurück Jetzt Okay Ähm Okay Muss ich ihm richtig Mega-Schwung mitgeben, oder was? Weil das war jetzt, zeitlich war das ja Katastrophe Komm mit So Jetzt geben wir den Kollegen mal richtig Schwung Von hinten anfangen vielleicht So Wie soll das funktionieren? Das ist ja Ah, warte mal Na klar, je mehr Schwung er hat, umso schneller wird er natürlich Na, das funktioniert er natürlich Ich weiß schon, ich weiß schon, wo die Reise hingeht Das ist ja jetzt echt ne Geschichte der Wie schnell bist du und wie schnell ist der Wagen Und Nein Oh, ne Wer geht denn das? Ah, das war jetzt nicht mehr die Hälfte Holzstub Das wird gut, das wird gut, das wird gut, das wird gut Sprich Sprich Millimeter Alter Das war gut Das war gut Machen wir nochmal so Komm Das war jetzt gut So Bleibst du stehen denn nicht? Oh, das wird zu knapp 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 Naja, das war wix Nochmal Oh, das war doch voll so gut Das war doch voll richtig gut Ne, das war mal nix Das war mal nix Oh, das ist viel Platz Da ist es viel Platz Springen vielleicht Muss ich springen Das springen schneller Habt ihr schon mal Das springen schneller? Probieren wir das mal Probieren wir das mal Und springen Okay Okay Das ist auch nicht schlecht Das ist auch nicht schlecht So, springen Springen Springe Wahnsinn Wahnsinn So, geht der weiter Ich seh nix mehr Das ist vielleicht eher schlecht Erzähl Ich weiß, dass ich da rüber machen muss Was ist denn hier? Muss ich warten, bis ich wieder was sehe Boah, der ist randest manchmal Geil Das ist ein Leiter Kann ich gut erreichen Die hätte ich mal Aber früher erreichen müssen Vielleicht Hallo Hier drauf geht So Und jetzt Ist hier nix mehr Hallo Ah, hier ist ne Kiste Alles klar Kiste So So Hinter damit Damit hab ich so ein bisschen Safe favor Ja Ja Und Natürlich Ist klar Springen die einfach mal über die Kiste Macht Sinn Macht man so Ist Oh, nicht nochmal Okay Dann haben wir mal ne Pause Das ist ja krass Also ich brauch dann ne Pause Ganz eindeutig So Wartest du jetzt hier? Genau Könnt ich hier warten? Ah, ich weiß es nicht mehr Ah, ich sollte warten Da kommt da durch meine Leiter Ich dann mit nem Sprung Erreichen kann Der relativ mutig sein darf So Und Hopp Irgendjahr Zack Dann haben wir so ein bisschen Video Okay Okay Dann wird uns das Podest Dann müssen wir auch noch hin Zack So Safe Bist du rein? Ah Haha Okay, die Kamm ist runter Alles klar Dankeschön Ein Christgespräch So Und das ist ganz vorsichtig So Noch 10 2 Ah Licht Halle Ja, ich hoffe mal lieber So Schön Also An dieser Stelle erstmal wieder Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bei Furious Let's Play Limbo Episode 7 Was auch im Monster jetzt erwartet Also Macht's gut Ciao, ciao Story Das lag acer pf Sche Smith Spahn Spahn